ARD Text im Auftrag von Funk Dann gehen wir doch mal raus Finden den Eingang zu Dark Zone, also wir sollen direkt in die Dark Zone gehen, okay Könnten wir eigentlich auch machen Hä? Na, ich kann das... Hey, ich verstehe jetzt nicht ganz, wie das geht So Gut, ja, hier haben wir eine Schildermpfang zu Dorf, so, wir müssen in diese Richtung Können wir mal die Map aufrufen, stimmt, das haben wir noch nie gemacht Was haben wir denn da? Kampf Wir gehen mal zu dem Kampf Ich will mal zu dem Kampf, was haben wir da? Kampf Nein, Kampf Und das ist der... Das ist unsere Basis und das ist der Green Dingsumste So Okay, sind wir trotzdem nie lang, komischerweise Egal Den Madison Square Garden Ich kenn die aus Godzilla So, im Film mit John Renault, wo sie den Madison Square Garden in die Luft jagen Ich find auch sehr viele Cops sagen, stehen hier rum Ich glaub wir sind ein Gegner, oder? So Was ist das denn, ne? Achso, Ku, wir haben mal eine Heelwaffe Ja, ich hab dich Der hat eine Sniper, lässt die auch droppen? Der lässt die droppen Als ob der eine Sniper droppen lässt Nein, doch nicht, schade Ich glaub jetzt haben wir eine Sniper, oder? Alles blindern Danke dafür Die rüsten wir doch Ach, komm wir haben sogar noch unterschiedliche Waffen So Rüsten wir die da mal aus Jetzt bin ich aber neugierig Schade, also wie kann ich denn hier Naja, egal Wir haben einen Sniper Nicey, nicey, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt Äh Alles klar, ich hab dich auch verstanden Junge Was haben wir hier? Ein Summe 300 Erfahrungspunkte Nice Können wir selber auf der anderen Seite auch nochmal? Scheinbar nicht Wär auch zu viel verlangt, glaub ich So Ein paar Zivilisten, oder haben wir schon wieder geballert? Wir wollen mal hier hin Er ist Barrow 3, over Wir sind gleich bei Ihnen Okay ist das Warnung, Feindkräfte näher an sich Das hört gleich auf Boom Nice Warnung, Feindkräfte näher an sich Wir haben keine Schraubwanne zu schrauben Was ist das Witz? Verdammt Wo kommen die nur alle her? Hups Schrauben Warnung, Feindkräfte näher an sich Warnung, Feindkräfte näher an sich Wundern, 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 Wundern 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 Keine Schraubwanne Keine Schraubwanne Keine Schraubwanne Da kommen noch mehr Kreine Schraubwanne Treie Schraubwanne Oh Scheiße, scheiße, scheiße Unwär Schraubwanne So Schraubwanne Schraubwanne So Warnung, Feindkräfte näher an sich Wundern, wo denn, wo denn jetzt von dir wäre das ganz anders ausgegangen noch ganz schön nicht schade ja dann habe ich gut gemacht alles mit hier so ihr wagen gibt es da um munition vielleicht steuerung zack noch mal ein bisschen munition bekommen nice so wir gehen auf die karte wir befinden uns hier was soll denn da ein satz finde eingangs dark zone ein satz soll abgeschlossener okay hier noch ein paar sachen zu finden wollen wir in die dark zone gehen ist ja relativ klein noch würde ich sagen dann gehen wir mal in die dark zone so dann gehen wir mal weiter lolololo aber wir sind vom sniper wir haben ein schönes mg ok das lag gerade was wir haben riesige ratten nice ich muss sagen leider sieht es nicht so pompös aus wie hallo händchen wo war jetzt die geile rettung das hier wie vor sind hier so viele hunde frage ich mich ist das hier wir treffen uns das erste mal heute aber ok gut mit der war wieder keine wieder gefunden das doch schön zu hören so ihr seht alle ziemlich krank aus ich höre mich was ihr habt das ist der flugzubschrauber ja ok das ist so ein sick die dark zone ist abgeschottet und das aus gutem grund dort hat die infektion am heftigsten zugeschlagen so sehr dass weder wir noch das lmb noch irgendwer sie aufhalten konnte jetzt ist es ein niemalsland voller menschen die das virus nutzen wollen um den fraktionen zu entkommen und was hinter diesen mauren geschieht nun wenig davon ist gut ok ich will das mal präsenz entdeckt der hat einen flammenwerfer ach du scheiße viel bedrohungen ok schön ich will das mal ich will das mal ich will das mal ich will das mal Nein! 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 Minipack, Minipack! Dann müssen wir gar nichts nötigen! Lass mich meine Arbeit tun! Nice! So, haben wir jetzt alles mitgenommen? Ja, das haben wir nicht mitgenommen. Also müssen wir nicht nachher mal gucken, was wir da bekommen haben, ey. Ei, 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 so. Die hat noch was für uns, okay. Jetzt haben wir hier ein bisschen Nahkampf gegeben, was ist denn das? Wir haben mich eingesperrt! Irgendwo muss ein Schlüssel liegen! Geiselschlüssel erforderlich, okay. Muss man für den Aufzug benutzen hier? Kann man gar nicht benutzen, okay. Was haben wir hier? Ah, Geiselschlüssel, alles klar. Was ist denn hier? Egal, so, dann gehen wir hin. Öffne die Tür! Wir haben mich eingesperrt! Irgendwom... Endlich, hoffe ich! Zivilisten sind sicher! Schrecklich! Ich muss so schnell wie möglich hier weg! Was kriege ich hier? Äh... Nein! Ich danke Gott für Sie! Inventar... Die haben wir ausgerüstet. Die haben wir jetzt bekommen. Achso, das Maschinengewerbs. Ne, wir behalten die. Aber, äh... Im Gegensatz zu unserer M5. Das ist hier auch nicht schlechter, schade. Das ist die schlechter. Okay, gut. Wir haben auch neue... Rüstungen, gut. Hier haben wir noch was Neues bekommen. Äh, 16er Rüstung. Rüstungswert geht runter. Äh... Es bedeuten die Zeichen. Das verstehe ich nicht. Da kann ich leider noch nix empfangen. Was ist das? Angewinkelter Griff rot. Okay, äh... Mats wird angelegt. In dem... Okay. So, äh... Haben wir hier noch was? Hier auch noch was? Boah, direkt mal hier so ein grünes Ding. Zack. So, nice. Okay, äh... Angewinkelter Griff. Den könnten wir doch mal hier direkt mal... Anbringen, oder? Warte, muss ich dafür den... Ah, da müsste ich... Müsste ich... Präzisionsstabilität. Hm... Ne, behalten wir doch den Laser. Äh... Könnten wir aber hier... Für Präzision... Oh, dem können wir nix angeben. Okay. B scheint... Schade. Visualisieren. Also, dann können wir uns den angucken. Hm, schade. Okay. Dann können wir das Kleider nicht verwenden, den Griff. Ist ja ein bisschen doof, aber gut. Äh... Ne, da kommen wir raus. So... Dann gehen wir jetzt mal zur Dark Zone. Aber, ja... Würde der Typ mir nix mal sagen, wie irgendwer kalt oder so. Würde ich mir das abnehmen hier, aber... Ja, gut, gut. Was sagen wir dann? Einen Untergang? Äh... Untergang, äh... Eine Unterführung. Nehmen wir hier rein. Ja. 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 Ja.